Suchers Leidenschaften C. Bernd Sucher und Stefan Huhnstein lesen Klaus Mann, eine Einführung in Leben und Werk Klaus Mann schätze ich nicht wegen seiner sexuellen Orientierung, wenngleich niemand Klaus Manns Werk betrachten kann, ohne diese Veranlagung mitzudenken. Auch Manns Drogenabhängigkeit, damit nicht jemand auf dumme Gedanken kommt, macht ihn mir nicht zu einer Leidenschaft, wäre ja eine weitere Möglichkeit der Missinterpretation. Er ist mir auch nicht wirklich wichtig wegen seiner Romanproduktion oder seiner Erzählung, sondern ich schätze ihn vor allem als klugen, weitsichtigen, analytischen Zeitzeugen. Ich möchte sie vor allem mit dem Essayisten bekannt machen und mit dem Tagebuchschreiber. Das erste Buch, das ich von ihm las, war Mephisto. Sie erinnern sich, die Verbreitung des Schlüsselromans, in dem Gustav Gründgens eine große und keine gute Rolle spielt, war erstmals 1966 vom Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg verboten worden. Fünf Jahre später, 1971, wies das Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde gegen das Mephisto-Verbot zurück. Der Roman blieb also in der Bundesrepublik verboten. Wiederum zehn Jahre später setzte sich der Rowold-Taschenbuch-Verlag über das Urteil hinweg und die Ausgabe wurde ein großer Erfolg. Ich vermute auch oder gerade, weil es zuvor das Verbot gab. In der immer noch verklemmten Bundesrepublik war die Neugier auf Abseitiges groß und das Verlangen der Jungen nach Informationen über Nazi-Deutschland nicht klein. Verweilen wir bei Mephisto. Er ist, wie alle literarischen Werke Klaus Manns, autobiografisch. Nach seinem Tchaikovsky-Roman, der Symphonie Pathétique, 1935 erschienen, macht sich Mann an den Mephisto-Roman. Hier wie dort geht es nicht nur um Macht, sondern auch um die Homosexualität, die Mann schon in dem 1934 publizierten Aufsatz Homosexualität und Faschismus thematisiert und sich gegen die Gleichsetzung ausgesprochen hatte, wie sie in der Sowjetunion zu dieser Zeit vorgenommen wurde. Mann wendet sich dagegen, wie er schreibt, Homosexualität und den Faschismus miteinander zu identifizieren. Er zitiert Maxim Gorky mit dessen schlimmen Satz, Man rotte alle Homosexuellen aus und der Faschismus wird verschwunden sein. Und er setzt sich auf sehr sachliche Art mit dem Phänomen der Homosexualität auseinander. Man begreife doch endlich, es ist eine Liebe wie eine andere auch, nicht besser, nicht schlechter. Mit ebenso vielen Möglichkeiten zum Großartigen, zum Rührenden, Melancholischen, Grotesken, Schönen oder Trivialen wie die Liebe zwischen Mann und Frau. Danach gibt er sich allerdings alle erdenkliche Mühe, die Homosexualität hochzustilisieren. Es hat zu jeder Zeit hundertelei verschiedene Typen von Homosexuellen gegeben, auch sehr minderwertige und fatale, Unleugbar ist, dass eine relativ große Anzahl von Menschen Genies dieser Form der Liebe zuneigten, Genies jeder Prägung und jeder Art, aus Gründen, deren Kompliziertheit wir hier nicht erörtern wollen. Die Homosexualität ist nicht auszurotten. Und wäre sie es, so hätte man die Menschheit ärmer gemacht um etwas, dem sie Unvergleichliches verdankt. An diesem Bekenntnis ist nichts falsch, nur ein Wort stört mich, eines, das die Nationalsozialisten auch benutzten und in ähnlichem Kontext. Die Vokabel minderwertig. Gleich nach der Publikation des Tchaikovsky-Romans plant man also den Mephisto, vielleicht war es Hermann Kästen, der ihm die Idee dazu schenkte. Kästen nämlich lobte in einem Brief, datiert am 15. November 1935, den Komponistenroman und schlägt dem jungen Autor vor, Sie sollten den Roman eines homosexuellen Karrieristen im Dritten Reich schreiben. Und zwar schwebte mir die Figur des von Ihnen künstlerisch, wie man sagt, schon bedachten Herrn Staatstheaterintendanten Gründgens vor. Dabei denke ich nicht daran, dass Sie eine hofpolitische Satire schrieben, sondern fast einen unpolitischen Roman. Gesellschaftssatire. Satire auf gewisse homosexuelle Figuren. Satire auf den Streber. Wie Sie wissen, hat Mann das Buch geschrieben, aber sich nicht an Kästens Vorschläge gehalten. Die Homosexualität wird nicht thematisiert, schon gar nicht ein Vorurteil bestätigt und, wichtiger noch, das Buch ist politisch. Es erinnert an das Buch von Klaus Manns Onkel Heinrich Mann an der Untertan. Der Roman, der auf psychologische Gestaltung weitgehend verzichtet, sieht man ab von der Hauptfigur Hendrik Höfken, ist ein Kolportageroman.